Willkommen meine Damen und Herren zu unserem heutigen Tagesschau. Heute geht es um positive Nachrichten. Die erste positive Nachricht, die ich euch heute überbringen werde, findet am Lindenberg in einem Mehrgenerationshaus statt. Es geht darum, dass Kinder und Senioren aufeinandertreffen und miteinander spielen, quatschen und einfach gemeinsam Zeit verbringen können. Eine zweite sehr gute Idee ist, dass seit dem 1. Dezember die Stadt Freiburg einen Apfel, Birnen oder Kirschbaum an alle Eltern von neugeborenen Kindern schenkt. Die Eltern des Kindes können den Wunschbaum bei der Stadtgärtnerei am Montenhofgelände in Freiburg abholen. Zur Auswahl stehen jeweils zwei Sorten Äpfel, zwei Sorten Birnen und zwei Sorten Kirschbäume. Ich finde das ja eine großartige Idee. Ich hoffe, unsere Tagesschau hat euch heute gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaut auf unserer Website vorbei. So, jetzt geht es aber erstmal weiter mit dem Wetter. Jetzt gebe ich weiter an Sibylle. Die Temperaturen diese Woche bleiben eigentlich gleich, denn es kommt eine Kaltfront vom Norden her. Diagramm Um Luh aus der YouTube-Noble specifically, die es beide Åter in der nächste Folies